Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Paper Mario. In der letzten Folge haben wir Falkenhayn betreten und haben auch schon den Ort des dritten Sternen-Juwes gefunden. Allerdings müssen wir uns hier in der Arena dafür zum Champion vorkämpfen und diesen besiegen. Und dazu müssen wir sehr viele Gegner besiegen. Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf solltest du keine BP verbrauchen. Ich möchte sehen, wie du mit einfachen Mitteln im Kampf zurechtkommst. Zeig mir einen guten Kampf. Sieht so aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander anzutreten. Naja, um ans Sternen-Juwel ranzukommen hier, müssen wir uns zum Champion vorkämpfen und diesen auch besiegen, um den Champions-Gürtel zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Bombard, dein Kampf beginnt. Folge mir. Und unser Kämpfer-Name wurde von Gaston umbenannt. Oder unser Name ist von Gaston entworfen worden, wie man es halt nennen mag. Und wir sind jetzt Bomber Luigi. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawall-Klempner Bomber Luigi und die undrückendringlichen, die Panzerkämpfer. Also gut, alles klar, Mario. Also los, Bomber. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber warte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Ich darf keine BP verbrauchen. Okay. Drei Schaden, okay. Überspringen. Verteidigung ist drei. Nach oben. Hey Gott, wegen der hohen Verteidigung. Ging's jetzt gut. Gut, der ist jetzt down. Ah, das war zu. Bescheuert, leider. So, da ist der down. Aber hier bekommen wir nicht so viele Sternenpunkte. Okay. So. Weißt du, ob. Bist du mich verarschen? Im letzten Moment. Alles klar. Ah, nur wieder einen Sternpunkt. Egal. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Wir stehen jederzeit gern wieder zur Verfügung. Naja. Machen wir aber auch weiter mit den Kämpfen. Bitte, deine Gage. Exakt sechs München. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lass dich jetzt allein. Also man sieht sich. Muss ich hier echt 21 Kämpfe machen insgesamt, um den Champion herausführen zu dürfen? Du kämpfst nicht schlecht. Und dieses Mal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Ranglistenkampf, mach mal weiter. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampfer melden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rappen 17. Du kämpfst gegen das Poké-Trio. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Partnerfähigkeit einsetzen, kapiert? Das Publikum steht auf Teamwork. Da darf man mit seinem Mitstreiter nichts hinterm Berg herhalten. Zeig uns, dass du mehr als ein langweiliger Einzelkämpfer bist. Gut, dann folgen wir dir, Kumpel. Folgen wir dir zum Kampf. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bombo Luigi und die Gestachelten, das Poké-Trio. Mario, bist du bereit? Wenn du uns nur anfasst, wirst du schon ein blaues Wunder erleben. Let's fight! Naja. Gegen die Gegner hat er sich noch nicht bekämpft. Austauschen. So. Das ist ein Poké. Poké-Sin-Kaktus-Monster-Kaktus-Monster mit fiesen Stacheln. Kapier 6, äh 4 und Angriffskraft 3. Pass auf, die Stacheln auf. Wenn du springst, tut das bestimmt ziemlich weh. Aus dem Ruf, lassen sie uns schnell besiegen. Okay. Verstanden. Perfekt. Dann wechseln wir wieder rüber und benutzen den Hurrikan. Perfekt. Daumen mit denen. Das haben wir 6 Sternenpunkte bekommen. Okay. Netz. Und der Gewinner ist Bombaluigi. Ja, wie es aussieht, müssen wir tatsächlich gegen jeden Gegner kämpfen. Bitte, deine Gage. Exakt 7 Münzen. Okay. Also müssen wir... Geht es nicht irgendwie schneller? Ey Bomber, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du wohl her? Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör damit auf. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mich ständig nachzulaufen. Das finde ich nämlich ganz schön nervig. Wenn du nicht mitmachst... Äh, wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus. Kapiert? Schon wieder, Samu? Tut mir leid, dass ich die Nörglerin mitgemacht... Äh, diese Nörglerin mitgebracht habe. Marono. Mache nichts draus. Die spielt sich immer so auf. Ich mag's irgendwie nicht. Aber warum brennst du hier dauernd nach? Einfach so halt. Ja, was auch immer. Ich geh da mal wieder. Okay. Immer Ranglisten. Kampf. Ja, ich möchte beim nächsten Kampf gehen. Auf Rang 16. Knochenwerfer. Ich muss dreimal Schaden erleiden. Echt jetzt? Echt jetzt? Egal. Die Gner sind im folgenden Kampf. Äh, der Krawallmacher Bomber Luigi und... Die knarzenden Knochen. Die Knochenwerfer. Mario, bist du bereit? Von dir... ...wird nicht mehr sein Skelett übrig bleiben. Ach, kacke. Also war es mindestens dreimal Schaden, nicht? Verteidigung. So. So. Sollte damit jetzt erledigt sein. Perfekt. Passt. Jetzt können wir sie downen. Perfekt. Technik. Body Slam. Er ist down. Und Sprung. Aber dann haben wir jetzt die Auflage erfüllt. Ich glaube, ich lege mich jetzt ins Bett rein und pennen. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. War ja kinderleicht. Jetzt dürfen wir, glaube ich, acht Münzen kriegen. Neun. Okay. Okay. Labert immer das Gleiche. Perfekt. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertraue mir. Ich habe einen Blick für sowas. Sehr ruhig. Mein Bein. Alles okay. Pass hier an. Aua. Hier lang. Halt aus. Mama. Aus dem Weg. Da scheint er stark verletzt zu sein, der ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft. Da pisse jetzt so etwas häufig. Okay. Das sieht echt lustig aus, wenn er sich da ins Bett schmeißt. So. Alles aufgefüllt. Rangkampf. Alles aufgefüllt. Rangkampf. ein Partner. Keine Stirnattacke. Okay. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen. Zeig mir, was du kannst. Bombard, dein Kampf beginnt. Folge mir. Okay. Gegner im Folgekampf sind der Krawallklempner Bumbaluigi und die Bombertruppe. Lakitu und seine Partner. Wegen unserer gefährlichen Angriffe hast du nicht die gängigste Chance. Let's fight! Keine Stirnattacken. Jawohl. Ich glaube, man muss der Powerarm ran. Für was? So. Was ist denn das für ein Gegner? Was ist denn das für ein Gegner? Ich glaube, wegen seiner Verteidigung ist einfach so fett stark. Wenn ich einen Bodyslam benutze, bringt das nichts. Nee, keine Ahnung. Doch, ich nehme mal ein Item. Ich schmeiß mir jetzt Sirup rein. Okay, das bringt nix. Das bringt nix. Ich gehe mit dem Comprie nach ran. Jetzt kommt einer, den ich wegnatzen kann. Technik, Scanner. Zeig mal, was der Stachy so drauf hat. Das sind Stachy. Die Stacheln der Stachys verursachen riesigen Schaden. Drei Angriffskraft. Drei KP, drei Verteidigungen und drei Angriffskraft. Solange du sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle schon wirklich umdrehen. Anstatt zu springen, nimmst du die besten Powerblöcke. Taktik, Austauschen, Kuck, ich muss ran. Es sind die einzigen drei, die hier nicht angreifen. Also die angreifen können, ohne sich zu verletzen. Panzerstoß. Alles klar. Hat nichts gebracht. Bro, what the fuck sind das für Gegner? Aber ich habe keinen Powerblock. Schade. Hätte uns geheilt werden. Es hatten gerade drei Leute hier. Ein paar Pierknollen in der Hand. Drei. Beleidigung. Perfekt. Der ist down. Das war jetzt bis jetzt der längste Kampf, den wir hatten. Aber nur, weil die Gegner neu sind. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Gewonnen. Ja, Kupio, wir haben gewonnen. Bitte, deine Gage. Exakt 10 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich. Der Hotdog-Stand draußen soll was Neues im Angebot haben. Es ist wohl ein ganzes Bubu-Eis drin. Wusstest du, dass diese Hotdogs so eine Kapi und BPM-Kampf wieder aufführen können? Echt nahhaft. Keine Sorge, ich kriege keine Provision. Ich bin einfach nur begeistert. Probier's doch mal. Naja. Wir ruhen uns aber erstmal aus. Und gehen in den nächsten Kampf. Ja, wer ist mein Banditenbande? Fünf Runden. Fünf Runden. Ja, da mache ich Hurricane rein und es sollte hoffentlich funktionieren. So, gehen wir in den Kampf rein. Ja, Bombaluigi gegen die flinken Vollstrecker, die Banditenbande. Okay. Dann wieder der Kampfbeginn. Mal schauen, ob wir mit dem Hurricane alle wegblasen können. So. Der eine ist weg. Noch da, meine ich. Okay, der hat mehr als 4 Kp. Gut zu wissen. Und er macht auch 4 Angriff. Jetzt ist er down. Zwei Runden. Und 10 Sterne Punkte. Gefällt mir. So. Okay. Bitte, deine Gage. Exakt 10 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Lass dich jetzt allein, man sieht sich. Übrigens. In der Bar draußen trifft man gegentlich diese wunderschöne Frau. Sie mag Saft. Ich mag Saft. Wir haben schon echt viel gemeinsam. Wir sollten uns mal rüber gehen. Ja, gucken wir uns jetzt mal draußen um für den Rest, für den Rest der Folge mal. Wer da anscheinend was Neues ist und sonst was. Ganz schön hart so beliebt zu sein. Strenge dich ein bisschen an, dann schaffst du es vielleicht auch. Oh nein, ich bin verloren. Mein Ei ist geflohen. Kann es dir nicht jemals wieder einfallen? So. Oh nein. Ich muss wohl erst fliegen lernen, um mein Ei da wieder runter zu bekommen. Bin ich so dumm rum und überleg dir lieber, wie man ihn einkriegen könnte. Komm mir hier irgendwie hoch. Souvenirs. Nö. Da kommen wir auch nirgendwo weiter, glaube ich. Keine Ahnung, wie kriege ich den da runter? Moment. Ansehen. Interessant. Nö, hier kann ich auch nichts machen. Nur hier bringt auch ihre Fähigkeit nichts. Wie zum Teil kriege ich das Ei da runter? Ähm. Was ist das? Moment, ich habe eine Idee. Ja, es so funktioniert. Aber ich war nicht gut genug. Okay. Gut, dass ich den Kack dann nochmal gefunden habe. So. So. jetzt. Oh, du willst nicht im Hotdog-Laden landen, kleine Sei? Was sollen wir nur tun, Mario? Das ame Ding braucht dringend Hilfe. dann helfen wir es. Oh ja, Mario, lassen wir das ame Ding klein einfach in Ruhe. Du, der Hotdog-Verkäufer, dieses Ei will nicht verzehrt werden. Darum sollten wir es freilassen. Meinst du nicht auch? Schon gut. So ein rumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Also, kleiner, geh, woher du magst. Bis dann. Was ist, du möchtest mit uns kommen? Wirklich? Mario, wir sollen mitnehmen. Kann gern mitkommen. Na, du hast dein Glück gehabt, du dickes Ei. Aber du darfst uns nicht stören. Wo soll man das Ei denn bitte hinbringen? Oder was soll man mit dem machen? Na ja, Ich würde erst mal sagen, wenn die Folge hier, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir weiter in der Arena. Ciao. Euer Gladius.